Lektion 112 Zur Wiederholung am Morgen und am Abend Licht und Freude und Friede weilen in mir. Ich bin das Heim des Lichts, der Freude und des Friedens. Ich heiße Sie im Heim willkommen, dass ich mit Gott teile, weil ich ein Teil von ihm bin. Ich heiße Sie im Heim. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich werde immer bleiben, was ich war. Vom Unveränderlichen, wie er selbst erschaffen. Und ich bin eins mit ihm und er mit mir. Ich bin, wie er selbst erschaffen. 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 Zur vollen Stunde Licht und Freude und Friede weilen in mir. Zur halben Stunde Ich bin, wie Gott mich schuf. Untertitelung des ZDF, 2020